New Opening innerhalb Bronx. Schauen wir bei einem der neuesten In-Spots vorbei, wenn es um Kaffee geht. Erstmal Kaffee. Etwas abseitig der Fleinerstraße gelegen in der Biedermalmgasse schmeckt der Kaffee gar nicht bieder. Der Kaffee hat Third Wave Qualität und so verwundet es nicht, dass ein Flat White auf dem Menü zu finden ist. Dieser ist vollmundig im Geschmack und hat einen fruchtigen Touch. Ebenso gibt es Kuchen, Stullen und leckeren Tee. Natürlich gibt es den Kaffee auch für Zuhause zum Kaufen. Wer möchte, kann im Laden auch noch nach weiteren Accessoires stöbern. Erstmal Kaffee, ein Zugewinn für Heilbronn. Vielleicht zeigt sich schon der Buga-Effekt. GE öffnet immer von Montag bis Samstag. Danke. Danke. Für有一 год Ahhh Über Wagner Vers Schön vers